Stell dir vor, du bist mit dieser Version von Spring Bonnie in einer Pizzeria gefangen und hast aber nicht nur Spring Bonnie als Gegner, sondern auch Freddy, Bonnie und Chica. Wir spielen heute Five Nights Freddy's Trapped in the Pit. Das Spiel sehr besonders, denn es wurde innerhalb von 168 Stunden gemacht während einer Challenge, wo man ein Five Nights Freddy's Spiel in unter 100 Stunden machen soll. Und das Game ist wirklich sehr, sehr gut geworden, dafür, dass es nur so sehr, sehr kurze Entwicklungszeit hatte. Das Spiel hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir haben die ersten beiden Nächte gespielt. Einmal die normale Night und einmal die Fear Night, obwohl ich aber sagen muss, dass die Fear Night auf jeden Fall schwerer war, um allgemein keinen Content mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, auf ins Video. Er ist super creepy, halt jetzt schon. Okay, wir haben hier auf jeden Fall erstmal Tipps. Klick on das Monitor to reload the Audios. Okay, das sollte klar sein. Klick to enter the cameras. Okay, das ist auch klar. Und hier unten haben wir die Vant-Kameras. Click on them to block. Okay. Geh die auch wieder. Achso, wir müssen die... Ah, okay. Okay, dann haben wir hier noch einen Vant und hier und hier. Und wir haben hier das Kamerasystem, da gucken wir mal rein. Okay, wir haben hier Chica und hier steht einmal, find Chica in the cameras and click on her cupcake to appear in the office. Okay. Spielen mal zwischendurch etwas Audio. Aber wie komme ich denn jetzt eigentlich aus den Kameras wieder raus? Das ist jetzt eher die Frage. Wie komme ich aus den Kameras raus? Ah, auf S. Okay, gut, gut. Ich dachte schon, ich muss irgendwie... Okay. Ah, wir haben hier einmal ein Licht. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Was ist das? Hallo? Ich will jetzt sehen, was das ist. Ähm... Er steht halt einfach schon da. Hi. Hi. Ähm... Hi. Oh mein... What the hell? Alter, steht sogar da, was uns umgebracht hat. Oh, geil. Du bist gestorben durch das gelbe Ding. Use the audio to get the yellow away from your office. Okay, press R to retry. Press Enter to get it. Okay, dann nochmal. Wir haben nicht mal 10 Minuten überlebt. Okay. Okay, wir haben es 12 AM und wir haben hier oben Balloon Boy. Hallo Balloon Boy. Okay, wir gucken dann mal, dass ihr den von unserem... ...office etwas fernhalten. Aber wo ist der denn jetzt gerade? Also man sieht ihn ja nicht so genau. Oder ist er einfach... Oder habe ich ihn einfach komplett übersehen? Okay. Wir machen das mal so. Dass er weg geht vom Office. Okay. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er? Ach, da ist er. Können wir das hier hinten abspielen? Das wäre natürlich nochmal cool. Okay. Wir haben eine gute Stabilität. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Aber wir werden es sehen. Aber jetzt hier so nach rechts gehen kann ich nicht, oder? Aber ich finde das Office sieht sehr, sehr cool aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Er ist immer noch hier in der 5. Das sollte eigentlich passen. Okay. Hier ist Chica immer noch. Das ist nicht so dramatisch. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wie viele Nächte das Ganze haben soll. Also ich weiß halt nur, dass es innerhalb von 100 Stunden gemacht wurde. Und dass es sehr, 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 sehr viel Arbeit gewesen sein muss, das Ganze zu machen. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Gerade weil halt so viel Arbeit da drin steckt. Beziehungsweise es ist halt wirklich aufwendig, ne? Das Spiel in so einer kurzen Zeit zu machen. Okay. Das bringt gar nicht alles gut bei dir. Oh, da bist du ja wohl schnell. Ah ne, da ist denn der 6 jetzt. Die 6 ist glaube ich gut, oder? Mir ist gar nicht so sicher. Wir müssen ihn in die 6 locken. Oder auch nicht. Nein, wartet mal. Nicht in die 6. Die 6 ist da direkt neben uns. Können wir bitte aufhören, den direkt neben uns zu locken? Oh, der ist ja auch schon wieder. Geh mal. Oh mein. Er catcht mich halt einfach zweimal hintereinander. Okay, interessant. Wow. Okay, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Der weiß, was er tut. Okay, ab 2 Uhr bewegt sich auch Freddy mit. Ich habe gerade aber auch gar keine Ahnung, wo er ist. Ich habe Spring Bonnie die ganze Zeit jetzt auf der ersten Kamera. Es soll... Okay, wir haben ihn auf Cam 2. Das sollte eigentlich passen. Wir haben es 2 Uhr. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. So, jetzt hat sich wieder Spring Bonnie bewegt. Den versucht man, wie gesagt, die ganze Zeit auf der ersten Kamera zu halten. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Wir werden es aber gleich sehen. Und mit Freddy bin ich der Meinung, dass wir nur die Taschenlampe brauchen. Und nichts anderes. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Wir werden es gleich sehen. Es ist... Ja. Es ist halt einfach ausprobieren. Ich weiß, dass ich mir die Tipps hätte angucken können, aber... Naja. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Tipps und sowas. Echte Gamer brauchen keine Tipps. So. Okay. Freddy ist immer noch nicht da. Ich weiß auch nicht, wann die anderen sich anfangen zu bewegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass... Okay. Hier. Wir holen den mal zurück. Okay. Freddy ist immer noch nicht hier. Okay. Ich habe keinen Plan, warum er die ganze Zeit jetzt hier in dem Raum steht. Aber es ist okay. Wir können ihn da einfach lassen. Einfach in Ruhe lassen. Das ist ja nur Freddy. Okay. Jetzt hat sich auch... Okay. Bonnie hat sich jetzt bewegt. Und wir müssen hier über diese Vents drüber gehen. Damit wir sehen, was da drunter passiert. Das Problem ist, dass wir ihn auf jeden Fall sehr weit weg von uns halten müssen. So weit wie möglich. Okay. Freddy kommt immer noch nicht. Wir haben vier Uhr. Was ist los, Freddy? Kein Bock? Nicht so interessiert an uns, oder was? Hm. Okay. Wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder schauen, wo Spring Bonnie hier hin ist. Weil der ist immer so schnell... Okay. Der ist schon auf der drei wieder. Okay. Wir können mal gucken. Nein. Freddy ist immer noch nicht da. Lol. Okay. Hier ist jetzt auch nichts. Und da auch nichts. Okay. Bis jetzt passt das eigentlich ganz gut. Okay. Spring Bonnie ist wieder hier. Dann packen wir ihn wieder in die Eins rein. Das geht am besten, wenn wir das so machen. Ich glaube, das sollte so eigentlich so die beste Strategie sein, ihn da so ein bisschen zurückzuhalten. Das Problem ist jetzt aber, wo ist Bonnie? Also mal... Ah, okay. Er ist hier. Central Event. Wir machen den mal zu. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige ist. Müsste der hier sein? Okay. Freddy? Nee, das ist eine Kamera. Okay. Das hat jetzt nichts mit Freddy zu tun. Okay. Wir gucken mal nach links. Und da haben wir Freddy. Okay. Gut. Das ist also wirklich das. Ja, okay. Es ist richtig gewesen, dass wir den Central Event zugemacht haben. Das war also doch richtig. Und wichtig. Okay. Wo ist der Heini schon wieder hin? Bei der drei? Oh, Chica. Hello. Oh. Cupcake. Wir wissen ja, dass Chica nur abgewertet werden kann mit dem Cupcake. Das ist okay. Okay. Wo haben wir jetzt ihn hier wieder? Wo ist er? Ist er immer noch hier? Ja, er ist immer noch da. Okay, gut. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir haben es gleich 5 Uhr. Das sollte eigentlich passen. Ich glaube, die erste Nacht haben wir gleich. Wir sind hier. Das ist der rechte Vent, oder? Okay. Den haben wir dann wieder hier. Dann machen wir den schon mal zu. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, um auf 1 zu kommen. Okay. Wir haben die erste Nacht geschafft. Sehr cool. Also es ist auf jeden Fall nicht so extrem schwer. Aber man muss schon darauf achten, dass Spring Bonnie nicht so weit kommt, ne? Also der ist schon sehr, 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 sehr schnell. Okay. Nacht 1. Und jetzt haben wir hier 4. Was heißt das denn? Okay. Ist es schwerer jetzt? Oder wie sieht das Ganze aus? Also Angst. Dann gucken wir mal, was Angst bedeutet. Okay. Let's go. Okay. Wir haben uns... Wow. Wow, bro. Hier. Hallo. Zurück. So schnell gehen wir mal bitte nicht nach vorne. Das solltest du bitte unterlassen. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist dieses Strommanagement. Aber ich glaube, das ist jetzt... What the fuck? Auch nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall Freddy hier. Warum bewegt er sich denn jetzt schon? Das ist ja übertrieben schnell. Okay. Freddy hat auf jeden Fall schon jetzt Bock. Und ich glaube, Spring Bonnie ist auch schon wieder weg. Ja, da ist er doch schon wieder. Ja, das Ding ist halt... Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen schwieriger jetzt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt nur eine Nacht. Beziehungsweise zwei Nächte, wenn wir das jetzt mit der hier zusammen nehmen. Wo ist Freddy? Freddy? Man sieht halt nicht so extrem viel. Es ist echt krass, ne? Okay. Naja, egal. Wir werden es gleich sehen. Okay, Bonnie. Spring Bonnie muss wieder zurück. Hallo? Wo bist du? Okay, er ist schon wieder auf der 3. Lol. Wie schnell ist er denn? Okay, da ist jetzt nichts. Wir müssen unser Audio wieder stabilisieren. Das finde ich zum Beispiel auch ziemlich gut. Das ist halt das Audio, das wir auch nebenbei in Betracht ziehen müssen. Beziehungsweise, wo wir wirklich drauf achten müssen. So, als nächstes bewegt sich jetzt natürlich Bonnie. Das kriegen wir hin. Bonnie ist jetzt nicht so das Problem, denke ich. Also, das ist jetzt zumindest meine Erfahrung, dass er jetzt nicht so problematisch ist. Ist er hier schon? Oder ist er schon wieder weiter? Ja, er ist aber noch dort. Alles klar. Ich finde halt, wenn wir ihn auf der 1 halten, passt das eigentlich ganz gut. Und wir haben aber jetzt erstmal das Problem, dass wir jetzt nicht genau wissen, wo Bonnie lang geht. Okay, er ist auf dem rechten Vent. Oh, nein, 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 nein. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Wo ist er? Wo ist er? Okay, den rechten Vent machen wir zu. Okay, da ist jetzt auch nichts. Das war jetzt aber echt super dumm, was ich da gemacht habe. Okay, wir haben hier Kamera 4. Dahin holen wir ihn jetzt. Dann holen wir ihn auf Kamera 3. Wenn es denn noch klappt. Okay. Oh, hi, Freddy. Hm. Kriegen wir ihn auf Kamera 3? Komm schon. Freddy ist halt auch super schnell, ne? Das ist echt krass. Wie gesagt, solange er nicht auf Kamera 6 kommt, passt das eigentlich. Was ist das? Das ist gerade gesehen. Okay, ne, da war wahrscheinlich jetzt nichts, was irgendwie super interessant gewesen sein sollte. Aber ich weiß es halt auch nicht, ne? Okay, ich glaube, die Nacht wird auf jeden Fall ein bisschen härter. Okay, er ist jetzt auf der 3. Dann holen wir ihn jetzt auf die 2. Und danach wieder auf die 1. Okay. Okay, Bonnie ist wieder unterwegs. Wo ist Bonnie? Ich sehe ihn nirgendwo. Wir machen jetzt so die Stabilität wieder hoch. Das Ding ist halt, du hörst Bonnie halt schon, aber halt nicht so gut, ne? Okay, jetzt ist... Oh, hier sind zwei hier drin. Oh, Chica, hi. Wo haben wir den Cupcake hier? Chica finde ich eigentlich am einfachsten, muss ich gestehen. Ähm, alles andere finde ich etwas schwieriger. Obwohl, eigentlich ist jetzt der... Also, Bonnie ist hier gesagt nicht so schwierig. Und ich finde halt jetzt die wundervolle Chica nicht so schwierig. Oh, Alter, der ist schon auf der Kamera. Oh, ei, ei, ei. Können wir dich bitte wieder ein Stückchen zurückrufen. Also, wenigstens ein Stückchen. Okay. Okay, Chica bewegt sich jetzt auch öfter. Freddy ist jetzt auch... Oh, mein Gott, wie schnell ging das denn? Just remember, friends are forever. What? Friends are forever. Alles klar. Wir haben ihn doch gerade geflasht im richtigen Moment, oder? Okay, wir haben es jetzt 3 Uhr. Ich... Oh, Freddy ist schon wieder hier. Alter Schwede. Okay, Freddy haben wir. Dann haben wir hier Spring Bonnie. Chica bewegt sich jetzt auch die ganze Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen, dass sie die ganze Zeit hier rumfliegt. Ähm, wie gesagt, Chica ist jetzt nicht so schwer, aber er hier ist halt wirklich stressig. Er ist wirklich... Der kann schon echt stressig werden. Okay, dann gucken wir mal, dass wir den auf der Eins halten. Chica ist wieder unterwegs. Ich glaube, Chica haben wir... Okay, dann können wir nämlich hier wieder gucken, wo der Cupcake ist. Hier. Okay, da haben wir wieder Bonnie. Bonnie müssen wir zumachen. Ganz klare Sache. Das Ding ist halt, dass Spring Bonnie super schnell ist an gewissen Stellen. Okay, der ist jetzt auf der 3. Den können wir wieder auf die 2 holen. Und dann holen wir ihn schnell mal wieder auf die Eins. Und dann gucken wir mal links. Nicht, dass uns wieder Freddy überrascht von der Seite. Okay, wir haben... Hallo, bleib mal bitte in der Eins drin. Dankeschön. Das wäre wirklich super nett von dir. Kein Bock, dass jetzt schon wieder Spring Bonnie neben mir steht. Okay, wir gucken mal durch. Der ist halt super schnell, ne? Das ist echt krass. Ich finde es aber gut gemacht, gerade so diese... Diese Nacht jetzt. Die zweite ist schon um einiges schwerer wie die erste Nacht. Okay. Wir haben da wieder Chica. Okay, da haben wir jetzt unseren Spring Bonnie wieder. Ich finde doch, das Model sieht sehr, sehr geil aus, oder? Was sagt ihr dazu? Ist das Model euer Ding so? Ich weiß nicht. Ich finde das schon sehr, sehr cool gemacht. Man muss halt gucken. Der ist halt wirklich, wirklich, wirklich schnell. Ist er immer noch auf der 4? Ja, also wir holen ihn mal auf die... Wir gucken mal, dass wir ihn vielleicht auf die 2 bekommen. Boah, Freddy ist halt auch schon wieder da, ne? Okay, interessant. Wo ist er denn jetzt wieder? Boah, der ist... Ohne Scheiß, wie schnell der immer hier ist bei mir. Das ist echt krass. Hallo. Hallo. Hi. Okay, wir versuchen ihn jetzt erstmal auf die zweite Kamera zu kriegen. Komm schon. Hallo. Okay, yo, er ist wieder weg. Freddy halt auch schon wieder da. Okay, wir gucken jetzt aber mal die Kameras durch. Chica ist nämlich auch schon wieder am Start. Okay. Okay. Gut. Ich glaube, wir sollten es aber fast geschafft haben, wenn uns jetzt nichts entgegenkommt. Wie gesagt, Bonnie hört. Wir hören Bonnie, aber springt Bonnie, alles klar. Wo ist er? Okay, es ist immer noch geclosed. Das ist okay. Das sollte so passen. Hm. Es macht es auch sehr, sehr schwierig, was zu sehen durch diese Effekte. Hi. Okay, wir haben hier immer noch... Walter Freddy ist immer noch hier, ne? Krass. Okay, wir haben mal wieder Chica. Also Chica müssen wir nur finden auf den Camps und dann sollte das eigentlich passen. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schwierig, die zu finden. Okay, wo ist er? Wo ist Spring Bonnie? Ist er auf der 3? Der 4 oder 5? Okay, wir haben es geschafft. Was? Spring Bonnie ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig, dass du den die ganze Zeit unter Kontrolle hältst, weil er halt sich sehr, 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 sehr viel rum bewegt und alles. Das ist schon echt krass. Es ist sehr, 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 sehr gut gemacht. Wir haben hier unten noch Anxiety. Uh, Anxiety. Wenn ihr Bock habt, dass ich Anxiety spiele, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, das Ganze doch zu sehen. Und wir können uns danach auch natürlich Customs angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend. Vielen Dank fürs Anschauen. Schaut euch gerne auch das nächste Video an, das ich euch jetzt hier auf der linken Seite verlinke. Ansonsten bis später. Bye, bye.